Das Thema betrifft praktisch alle Frauen und Mädchen, die ich kenne. Ich war nicht groß genug, ich war nicht dünn genug, ich war nicht blond genug, ich war einfach nie genug. Jahrelang hat die Gesellschaft Frauen eingeredet, dass sie schön sein müssen. Als wäre das das Wichtigste, was sie sein können. Nachdem ich drei Kinder bekommen hatte, hasste ich meinen Körper. Also trainierte ich wie verrückt. Und dann stand ich da. In meinem perfekten Körper. Und war unglücklich. Zu viel Zeit, zu viele Opfer, zu viel Besessenheit. Und das ist es einfach nicht wert. Ich will nicht, dass es meiner Tochter einmal genauso geht. Deshalb mache ich mich auf die Suche nach Antworten. Warum hassen so viele Menschen ihren Körper? Und was können wir dagegen tun? Ricky, hast du dich mal gefragt, wie es wäre, nicht über dein Gewicht nachzudenken? Keine Ahnung, wie sich das anfühlen würde. Bei Shootings lästert immer irgendwer über meinen Körper. Ich litt unter Depressionen, weil ich meinen Körper hasste. Niemand sollte sich zu Tode hungern müssen, nur um so auszusehen wie in Frauenmagazinen. Das Thema war viel größer, als ich jemals gedacht hätte. Als ich ein Vorher-Nachher-Foto auf Facebook postete, brach ein Sturm los. Sie zieht sich nackt aus, um Frauen zu ermutigen, ihren Körper wertzuschätzen. Das machte Schlagzeilen in Paris, London, Berlin, den USA. Es ging um die ganze Welt. Es hat mich komplett verändert, die ganze Art und Weise, wie ich mich selbst betrachte. Mein Körper ist kein Schmuckstück, sondern ein Instrument. Es geht im Leben nicht darum, sich selbst zu quälen, weil man nicht die Figur hat, von der die Medien einem permanent sagen, dass man sie haben muss. Du öffnest deine Arme, um andere zu umarmen. Für mich war das Gold wert. Mein geliebtes Mädchen, verschwende keinen einzigen Tag deines Lebens, damit Krieg gegen deinen Körper zu führen. Umarme ihn. Tut uns leid. Niemand hat ihre Tochter gesehen. Mein Kleid. Mein Kleid. Ich liebe ein Mädchen aus meiner Klasse. Cynthia.